In der Bildmitte, vor türkisfarbenem Hintergrund, sitzt ein Assistenzhund. Links neben ihm ist ein Schuljunge. Er trägt Turnschuhe und einen Pulli mit gelben Streifen. Er hat kurze schwarze Haare, die ihm lustig zu allen Seiten stehen. Über dem Assistenzhund ist eine Wolke zu sehen. In die wurde hineingeschrieben, mein neues Leben. Rechts unten im Bild sehen wir das Logo des Vereins Assistenzhunde NRW e.V. Das Bild wird dominiert von einem aufgeschlagenen Buch. Dort stehen folgende Ausdrücke geschrieben. Ich war schon immer anders. Mein Vater sagt, das liegt an meinem Autismus. Links und rechts neben dem Riesenbuch sind der Junge und sein Assistenzhund abgebildet. Weiter steht in dem Buch geschrieben, deswegen wurde ich oft geärgert und das normale Leben habe ich nie verstanden. Jetzt sehen wir den Schuljungen in Gesellschaft dreier anderer Kameraden. Sie stehen vor den Schließfächern in der Schule. Die drei anderen Jungs ärgern ihn, zeigen mit dem Finger auf ihn, schubsen ihn. Der Junge weint. Diese Szene spielt auf dem Spielplatz. Zwei Kinder spielen dort miteinander. Und unser Junge steht am Rand daneben und kann nur zugucken. In der Schulkantine steht der Junge abseits, während die anderen an Tischen sitzend ihr Mittagessen einnehmen. Jetzt sehen wir den Jungen zu Hause. Draußen vor dem Fenster ist es dunkel. Im Vordergrund sehen wir sein Bett. Aber er kann nicht schlafen. Er hat sich in einen Sessel gesetzt und beschäftigt sich mit einem Notebook. In diesem Bild kommt die ganze Verzweiflung unseres Schuljungen zum Ausdruck. Es ist ein Bild vor einer grauen Stadt, im strömenden Regen und der Junge fragt sich, warum kann ich nicht normal sein? Hier sehen wir die Kulisse einer nächtlichen Stadt. Aus einigen Häusern sehen wir Lichter. Ein großer Scheinwerferkegel beleuchtet ein Haus, auf dem ein Assistenzhund sitzt. In den Lichtkegel wurde geschrieben, mein Assistenzhund. Rechts oben im Nachthimmel ist das Logo des Vereins Assistenzhunde NRW zu sehen. Wir sehen eine Insel in der Karibik. Auf ihr ist der Junge und der Assistenzhund. Beide spielen mit einem Ball miteinander. Auf einem weißen Banner unterhalb der Insel steht, jetzt bin ich nicht mehr allein. Vor den Schließfächern in der Schule. Diesmal sind die drei Jungs, die ihn vorhin noch gezankt haben, nur am Rande als Zuschauer zu erkennen. In der Bildmitte ist der Junge mit seinem Assistenzhund. Ein anderer Schulkamerad interessiert sich für ihn und sie reden miteinander. Wir begleiten den Jungen wieder in die Schulkantine. Diesmal steht er nicht abseits. Er sitzt mit seinem neuen Freund an einem Tisch und zusammen essen sie ihr Mittagessen. Am Nachmittag sehen wir den Jungen mit seinem Assistenzhund auf dem Spielplatz. Der Assistenzhund schläft unter einem Gerüst und der Junge spielt mit seinem neu gewonnenen Freund im Sand. Der Film endet, wie er begonnen hat. Ein Buch liegt aufgeschlagen an der Leinwand. Darauf steht, jetzt kann ein neues Leben beginnen mit meinem Assistenzhund Tai. Rechts und links sehen wir wieder den Assistenzhund und unseren Schuljungen. Jetzt sehen wir vor turkisfarbenem Hintergrund einen Ring. In diesem Ring steht Mehr Infos auf www.assistenzhunde.nrw Rechts oben ist das Facebook-Logo hinzugefügt, links unten das Instagram-Logo. Das ist ein neues Leben. Vielen Dank.